Moin, hier ist Heini, jetzt geht das weiter und ihr seht das schon mit meinem super Steckerhof Und zwar mit LS 2015 Äh, ja, wir wissen ja wo wir waren, ne, hier sind, oh mein Bauernhof ist immer ein Ort, wa Helfer, seh zu, da du da fertig wir jetzt nie Ach ja genau, ich seh grade den Kumpel da Mein Schieb... Hehehehehehe Hehehe, ich hab Qual mit O hochkrägen Sooo, da ist er Einfach auf P drücken, auf Garage Und dann auf Latierchen Und dann auf... Sie besitzen zwei... Ach hier, da ist mein Pony Sie besitzen vier Verkaufen Verkaufen Und dann muss ich jetzt, was ich verkaufen will Ihr seid so geil, ne, ihr seid so schlau Da, schon ist er verkauft Ist das geil, danke euch, ihr Lieben Ist das super Und schon ist hier das weg Und mein neuer Hof ist da Ach, ist das schön Oh, da ist ein Moorsaube Ja, kannst du fein schieben Ne So, aber der Herzen Da, was stehst du da so blöd rum Mein kleines Wollen wir mal einen Kampf machen? Du und ich, wir beide kommen Ne, kommst du, kommst du Mehr hast du nicht drauf Ah, du Mehr hast du nicht drauf Hey, tritt du Ich konnte doch grad springen da, wo ich grad sagen Komm, jetzt reite mal los hier Okay Dann haben wir geklärt Das muss ich nur kurzfristig klären Und jetzt, meine Lieben Und jetzt, wenn ich dann überlegen Wie weit das hier alles ist So, 38 ist schon im Wachstum Ist richtig dunkel Das sieht schon mal sehr gut aus Okay Ich kaufe jetzt ne Kuh Eine Kuh, eine Kuh Ich kauf mir jetzt ne Kuh Weil ich kann die so, ähm Mit Gras am Anfang, haben sie gesagt Das wollen wir doch mal machen Kaufen Drei Stück kaufe ich Weil ihr das seid Und heute ein geiler Tag ist Äh, kaufen wir vier Soll ich auch nicht alleine da sein Sollen wir ein bisschen rumspielen, ne Die Jungs, ne Ist ja nicht so, dass die nix wieder unnimm Oh, da sind sie schon, da sind sie Hallo ihr Süßen Habt ihr denn schon Gras? Äh, habt ihr denn schon hier Sag schon, was du fretten Mo Hä, wie ist das eigentlich? Ja, wieder ne Frage Entschuldigung, dass ich hier mal frage Ähm, der Milchonkel kommt ja immer und sowas Müssen die Kühe jetzt noch gemelkt werden Oder macht er das automatisch Die Produktion jetzt starten? Könnt ihr mir dat mal verraten? So, und dann Strohballen kaufen Da kippen wir dat hin Das ist ja soweit auch in Ordnung Das hab ich ja schon rausgekriegt Äh, Strohballen pressen müssen wir auch Das können wir später machen, weil ne Presse haben wir erstens gar nicht da Und zweitens Äh, ist mein Feld im Wachstum Das ist eher hier Kannst du mal ein bisschen schneller arbeiten, bitte So, 29 ist auch fertig Dann können wir mal eben Klingt blöd, ist aber so Dann können wir jetzt mal eben Einen Anhänger noch nehmen Und ein paar Fuhren noch wegbringen Oder was sagt ihr dazu? Das war eine super Idee, oder? Eine gute Idee ist das Ja, da-dam-da-da Schlaberdiii Schlaberduuu Das ist auch... Oh, was ist da rein gekommen? Ach ja, da war ja mein Weizen Diese, diese Raddinger, ne Die dann weggehen, ne Befüllungsstaaten War's das denn? Das, das, äh Weizen haben wir aber ja gar nicht mehr, ne Oh, doch, ne? Naja, nicht viel Naja, ist egal Das kann aber jetzt eben schnell weggebracht werden Dann haben wir doch doch Oh, Freddy, ne Meine Lieben, ich bin hier Eine Map bauen, ne? Und ich bin ja schon am Hof dran Und das wird schön Und, äh Das Geile da dran ist Dann werde ich auch noch ein Video von machen Werde ich euch zeigen, dass ich Mein Bauernhof Ist ja der Ostfriesland-Ding Da Aachen, was da steht Den werde ich nochmal überarbeiten Den werde ich rausschmeißen Und ich werde den durchfahrbar machen Sodass die Kühe von der Weide In der Scheune laufen können Und dass ihr das dann durchfahren können, ne? Zum, zum Füttern und zum, zum, sag schon Ja, zum Alte, dass die Türen auf sind, ne? Und so habe ich mir das jetzt überlegt Das soll vernünftig werden Und so habe ich mir das überlegt Und so wird das auch passieren Ne? Nur so zum, mal, zum Mitschreiben Ja, mein Jung Ein bisschen mehr Power auf den Bruce Hattest Zone, ne? Hatt ich mir nicht schon mal einen neuen Trecker gekauft? Ich kann die auch mal irgendwie mal sauber machen, ne? Kommt da jemand? Nein, hier ist diesen Allmöde Wie heißt das? Hier ist passiert gar nix So, Blinkhaus Hier passiert gar nix Da Müssen wir rein Jetzt haben wir es Ich bin komplett falsch, ne? Ich wollte zum, äh Oh, bin ich blöd, ey Ich fahr, ich fahr so, als wenn ich zum Feld hin will Heini, warte Bist du ein bisschen dumm im Kopf, ne? Aber, ey, komm, aber nur ein bisschen Und nicht so viel Ich Idiot Oh, ne, ich trolle Ja, es kann passieren, muss aber nicht, sag's denn, ne? So Dann wollen wir doch mal hier, das soll doch hier sein, ey Ich fahr echt so weit gefahren, ich Idiot, ey Oh, nee So Und Angekommen Cool Äh, im Rückspiegel, da zeigt er das an Ach, ich liebe dieses Spiel, lass ich das mal so, ne? Ach, herrlich Ich darf das jetzt ja sagen, ich bin ja nicht mehr bei UIG Ha, 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 ha Ist das geil, ich drehte euch, ey Jetzt kann ich sagen, ich liebe dieses Spiel Ganz toll Nein, das ist echt geil, ne? Und man kann speichern Ist ja toll Da, ich wollte gerade sagen, man geht Blinker jetzt, jetzt geht er So Mal sehen, dass der Helfer auch mal fertig ist, ne? Und ich hoffe mal, dass hier nix am verfaulen ist Okay, da ist noch alles da Yippie Was bringen wir denn jetzt hinweg Wir fahren da hinten hin, die Kartoffeln sind mit zu, zu, zu anstrengend jetzt Da müssen wir ja wieder ganz irgendwo anders hinfahren, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber Das war woanders So So, wählen sie aus Was? Was? Was haben wir denn hier? Ach jeder, drückt da mal was rein Gäste 22.000 und, mehr haben wir dafür nicht gekriegt, was ist das denn? Ich glob das ja jetzt nicht, oder? Kann ich meine Kühe nicht verkaufen für viel Geld? So So, 30 Geschwindigkeit Wir müssen das alles in Auge behalten, meine Lieben Nicht, dass ihr jetzt denkt So, ey, ich baue scheiße 38 Im Wachstum 29 Da, und 24 Ist ja jetzt da Frühend Na, also gleich wird das Soweit sein Oh, da zeigt er jetzt an Ah, ey, cool Das wusste ich jetzt gar nicht, ey Das wusste ich jetzt ja gar nicht 24 ist Gerste 29 ist Raps Und, äh, sehr schön Sehr schön Cool Das wusste ich voll nicht und so Kübelstand, 4 Produktivität, 4 Güllegrube, 124 Futterdrauch, sehr schön, sehr schön, sehr schön Ich hab ja mal nen Traum gehabt, wie meine Map wird Und, äh, so werd ich das jetzt machen Oh, hier, oh, da leuchtet schon Zeigt ihr den jetzt erntereif an? Nein, ne? Äh, machst du das nochmal? Gibt's einen Aber, kein Beifall Nein, im Wachstum immer noch Okay, dann wachst du mal ne Runde So Was ist dat toll, ne? Äh, was wollte ich grad sagen? Ja, mit meinem Map, äh, ich wollte mir das so bauen, wie ich mir das schön vorstelle, ne? Auch mit eigenen Häuser und sowas Natürlich nehmen wir auch viel vom Originalen oder vom Motto aus da, ne? Ist klar, aber so die Anordnung, so wie ich das gerne hätte Und... Ja, ne? Auf Facebook hab ich ja schon ein Bild geschickt, die Anordnung, wie ich das ungefähr haben will Entschuldigung Ich hab voll gegend Wie ich das haben will und das sieht schon ganz gut aus und, äh, ja, ne? Das wird fein, das wird fein Aber das dauert natürlich ein paar Monate, ne? Wenn das so läuft, wie ich das haben will So, und was mach ich jetzt hier? So, ein bisschen mehr Flocken, wenn ich bitten darf, jetzt, ne? Ich feier dich umsonst die ganze Zeit 34 Naja Was wollen wir dazu sagen? So... Was wollen wir dazu sagen? Ich bin heute richtig scheiß müde, ne? Wieso... Na, wie kann das wohl so sein, ne? Oh! Ich hab' mich grad noch nicht vorgerichtet und schon bin ich da hingegen gefahren, ne? Dieser Stein, der da lag, ist das eigentlich grad... ist das wohl, äh, Editor? Also ist das einfach mit Map, äh, Terrain Editor, oder ist das ein Objekt? Der muss ja mal gucken, ne? Da müssen wir mal watchen So, er Ja, wir müssen noch ein bisschen weitermachen So, was haben wir denn hier? Raps Oh, jetzt gibt's Geld, jetzt gibt's Geld Komm her, Raps, bringen wir auch noch weg Dann gucken wir mal eben, was der Helfer hier macht Der Helfer ist gleich fertig, ein Glück Sehr schön Der ist auch schon im Wachstum Ich brauch' eigentlich ne Spritze, ne? Da können wir Wachstum eben ausstellen, aber ich glaub' das ist zu spät jetzt, oder? Nein, eigentlich noch nicht Was kostet ne Spritze denn? Wir brauchen eine Spritze Äh, ja Das Problem ist Das Problem ist da Das, äh Ach so ein Zusatztank, alles klar Mehr habt ihr nicht? Ach doch, ich wollte grad sagen Seemarsch- Hä? Ne Düngelstreuer Spritzen Hä? Nur zwei Stück? Gibt's ja, ne Okay, dann kaufen wir den Gehen, was soll's Nicht Kleckern, klotzen Dann machen wir die Zeit mal ein bisschen tiefer Nein Eben ausstellen, oder so Weil nicht, dass uns das jetzt verfault Ich will das eben gespritzt haben, ne? So mein Freund Geh da runter, hab' ich gesagt Bist du voll Panu, oder wat? Nein, du doch nicht, du folgt Oh, Kollege, ey So So Und ab geht's Jippie Die Wurde auch ein bisschen mehr schmutzig werden, ne? Die haben sie noch gar nicht viel benutzt, ne? Aber das ist gut, da das so ist, weil du bist ja ganz neu im Programm bei mir, mein Freund, ne? So, ah, das ist ein Grashaufen, okay, das haben wir da Da ist das Okay Äh, ja, wenn man mal gucken, dann seh' ich, ne? Die Funktionen gehen auch noch alle hier Gehen die alle eigentlich, die Funktionen? Hab' ich da eigentlich schon mal drauf geachtet? Ne, nur Tempomat, glaub' ich, oder? Gehen die jetzt runter, die Dinger? Ach, ist auch scheißegal, komm albern nicht rumhängen, ey Seh zu, dass du da hinkommst und dass du das Ding da holst, die Spritze Dann denk' ich mal, wenn ich kein Saatgut brauch', dann brauch' ich ja eigentlich auch für meinen Helfer, ähm, 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 kein Dingsbums, ne? Ihr wisst, was ich meine, genau Die war grad' selber wieder angeschnallt, da So, da sind wir richtig Ja, so langsam kennen wir uns ja so ein bisschen aus, ne? Wo wir jetzt wenigstens hin müssen Das war ja, die ersten Tage waren ja furchterlich, ey So, das entweck, sonst haben wir ja noch nichts mehr vom Bild hier, ne? Die ersten Tage Hat man ja fast gar nichts gesehen Gesehen vieles aber fast gar nicht irgendwie was, ne? Weil eben alles noch neu war und man kannte die Kante, äh, Karte gar nicht, ne? Und jetzt kennen wir die Karte und jetzt geht ja hier los, als wenn wir nichts anderes im Leben gemacht haben, ne? Einfach Goyle Tritatralala Ich hab' ja, sonst hab' ich immer Timer an dem Spiel, ne? So 10 Minuten wegen meiner Internetleitung Aber LS ist das einzige Spiel, wo ich Timer komplett auslasse, sondern nach Gefühl gehe Darum werden die auch alle zwischen 15 und 20 Minuten, weil das einfach so viel Spaß macht Und, äh, ja, ne? Ich hab' keine Ahnung, wieviel ich jetzt wieder spiele, ne? Die kommen ja auch ganz gut an, die Videos, und das freut mich ja auch noch sehr Dass ihr diese Videos auch mögt Also von daher passt das alles, ne? Und meine, meine Färtschen Die sind auch süß, ne? Und jetzt geh' ich da mal raus Und da wollen wir mal ein- Obklappen Ach, da klappt es zweimal raus, okay Das ist schön, der ist schön groß Und dann hast du das hier eine Runde durchgelutscht, die Scheiße hier, Kollege Ach, wie weit willst du denn aufklappen? Du brauchst ja nur zweimal hin, denn? Hohoh Okay, Helfer Ich denke mal, Helfer braucht ja auch kein Spritzzeug, ne? Ach, wie, auch das, die Textur ist auch anders, oder wie bei einem am Kopf, ey? Ach, ist das toll, ey, ey Scheiße, Pornos, ey, das ist doch viel geiler So, was sitzt du dann so blöd da drauf, Kollege? So, Raps wegbringen Aber das machen wir im nächsten Video Ich denke, wir sind ja schon ein bisschen dabei Ich wünsche euch viel Spaß, noch einen schönen Tag Und in diesem Sinne, ab in die Runde bitte Mürgen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüs